Servus, grüßt euch. Ich bin der Hans aus dem Fliegenlagercenter und heute möchte ich euch unsere Rückezange Hydraulisch vorstellen. Die Rückezange Hydraulisch ist eine Rückezange, die man nur am Treibpunkt im Heck anbringen kann oder an der Fronthydraulik, je nachdem wie man das haben möchte. Generell ist die Rückezange Hydraulisch ausgestattet mit einem automatischen Drehgelenk, das sich automatisch wieder ausmittelt. Das heißt praktisch, wenn das Drehgelenk in Seiten einklappt, dann dreht sich die automatisch wieder mittig aus, damit sie gerade da hängt. Die Rückezange ist in verschiedenen Ausführungen bei uns zu haben. Das war einmal mit der Dreipunktaufnahme in der normalen Version oder dann eben auch mit einem Drehmotor in der Longneck Ausführung oder mit der Kombi Plus mit einem Endlosdrehmotor. Die Rückezange hat zwei Wannen aus einem HB400 Stahl und wenn ihr mal reinschaut, haben wir da drin einen schweren Zylinder mit einer 40er Kolbstange drin, der die Kraft aufbringt, das sauber zum Nehmen des Holzes. Und auf der anderen Seite haben wir einen Stabilisator drin, damit sich die Rückezange beim Nehmen vom Holz nicht so stark verwindet. Das heißt praktisch zusätzliche Stabilität und dementsprechend auch für einen harten Einsatz im Wald geeignet. Schön, dass ihr dabei wart, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr Interesse an der Rückezange habt, dann schreibt es uns unten in die Kommentare, ruft uns an oder schreibt uns eine kurze E-Mail. Wir beraten euch gern. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann. Servus. 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 Servus.